jungen jungen alter ist das krass digger einfach viel verkauft aber es stört ein bisschen hier waffen ich meine warum gibt es überhaupt hier waffen das stört wohl ich sag ja was hast du gehört ich sag ach verdammt verdammt jo leute was geht ein bisschen rund pappchen spielen leute mutter welcher ist und feuer alter jemand da überhaupt hallo wenn ich mit mir selber man ich hasse das spiel hallo was geht hallo es geht auch ich bin der teammate alter ich hasse lasse sie abbringen komm schon alter hast du nicht so langsam du loser hey wie machst du das alter wie geht das alter duck dich einfach na gut na gut ich weiß nicht ob ich schaffe ich hab bisschen angst ich kriege das nicht hin ich kriege das nicht hin ich kriege das nicht hin ok aber bitte mach nicht dein falschen auf ok ich hab's aufgemacht sorry ach mein gott was bist du für ein noob alter man ich hasse man die historisten vielleicht bin ich schande ich weiß man ich hatte viel angst verdammt verbitte bitte bitte nicht auf verdammt es kann nicht nicht so enden es kann nicht so enden verdammt man hat es gehört nee gern verweiter alter na gut man alter ich gehe mal rein platz ist vielleicht gibt es da loot na gut aber pass auf das klinge knall ist mit dieser waffe kann ich nie nichts sitzen ich gehe ich gehe ich gehe was ohne tüfe lässt du eine muni verdammt er hat mich bitte rette mich alter na gut ich komme ich komme hatte verdammt verdammt ich kriege nicht ich kann nicht über die mauer verdammte mauer springen ich verdammt ich kann es nicht ich gebe einfach auf und lass mich hier sterben oder was warte ich versuche ich denke ich gehe irgendwo afk und warte bis die ruhe fertig ist man alter ich habe ihn bekommen alter hast du gesehen alter mann wie geil war das denn alter ich liebe die utzi hey wie hast du es geschafft alter wenn ich wenn ich schieße bekommen ist kommen das raus töte ich niemanden du brauchst das mikro usis talk versuch mal noch mal okay jetzt kann ich mir das umgehen okay alter wir machen jetzt auf drehen wir sind die beste spieler der welt wir machen auch hier noch alter rette mich bitte man rette mich komm schon alter rette mich man verdammter bastard ich hasse dich warum heißt mir keiner warum ich hasse dieses scheiß spiel ok lenke ok du schaffst das lenke das auto verdammt lenke doch ok komm steig aus das war dumme idee ach fuck die zone kommt mein auto na gut na gut komm 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 ich fahre ich fahre ach das wird gut man alter ist das schon geil alter oder der airdrop aber wir gehen zu airdrop ich sagte airdrop wir gehen nicht zu airdrop ich sagte oh das meinst du mit airdrop gegner pass auf pass auf pass auf du dich keine sauge alter sie trifft uns eh nicht auf du sie meinst du werf jetzt eine rauchgranate ach du dumm kopf hey diga diga du bist dumm alter bist du in die sonne gelandet wie wenn jetzt du wirst jetzt sterben wahrscheinlich und ein bisschen enttäuschung ich hasse dich ich schaffe das wirklich eine bratpfanne energy drink du wirst es nicht schaffen oh babschi nimm das nimm das nimm das euer ollie nimm das nimm das nimm das nimm das diga du hast es geschafft alter nicht schlecht man alter ich hatte dich nicht unterschätzt danke du hast es geschafft diga wie viele leute lebe noch also es leben noch drei zwei leute nur eine person meine ich wir schaffen das easy dann wenn ich hier soll ich auf die zone gehen ich denke wir reden hier reden ich könnte jetzt auf mit diesem moment jetzt sterben du hast recht korn gewirr ich habe gewonnen